Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Schau ich mich hier nochmal schon um, ok hier sind die Gegner, stehen die auf, stehen die nicht auf, ok die stehen nicht auf, so dann gehen wir hier mal weiter, ich weiß mal nie ob die hier aufstehen oder nicht, oh Gott, ich renne jetzt einfach trotzdem mal rüber hier. Wow. Ok, man kann anscheinend die Brücke kaputt hauen. Das wäre ja eigentlich ein super Farmspot. Also alle auf die Brücke, locken und dann runterschubsen. Hier runterklettern. Na, ich gehe jetzt hier nochmal nicht runter, ich gehe jetzt hier, oder doch, ich gehe jetzt erstmal runter. Der eine müsste eigentlich auch noch da unten liegen, den ich ja hier runter geschubst habe, weil der ist nämlich nicht gestorben, glaube ich. Gehe ich hier runter, gehe ich hier nicht runter, ja, gehe runter, komm. So, schauen wir mal, wo es hier weiter geht. Ok, ich glaube, da kann ich nicht runterspringen, da werde ich sterben wahrscheinlich. Gehen wir einfach mal hier weiter. So, immer schön auf den Boden achten, nicht, dass hier wieder irgendwelche Fallen sind. Oh, was ist denn das? What the fuck? So ein Balrog oder sowas. Heftig. Oh mein Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott, ich werde sterben. Okay, egal, ich glaube, den probieren wir jetzt einfach. Oh ne, ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Wow, der kommt da hinterher? Boah, was ist denn da los? Die Grippe geht auch auf den drauf. Ja, haut den mal kaputt. Kann ich den vielleicht? Probier den jetzt mal mit dem Bogen mal. Vielleicht kann ich ihn anhütten. Okay, Hälfte Leben ist schon weg. Jetzt kommt der U da hoch. Boah, heftig. Estus, schnell, schnell. Boah. Oh, er ist tot. Schaut mein Leben an, Leute. Oh. Estus. Seele eines Dämones. Moons. Boah, krass. Mann, 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 Mann. Hätte wieder Glück gehabt. So, hier ist eine Kiste. Das wird wahrscheinlich wieder irgendwie so eine... Irgendwie so eine komische Kiste ist. Ja, sag ich doch. Nein. Ich will nicht sterben. Oh. Okay. Ich hoffe mal, dass der blöde Ballruck oder was das jetzt da war, nicht nochmal kommt. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Ist das jetzt hier ein Shortcut oder nicht? Kann ich hier irgendwie was öffnen? Ein bisschen Schalter. Nein, schaut nicht so aus. Nein. Sowohl, deine Storhmer. Scheiß Rattenviecher. Ich werde jetzt hier gleich rüberrennen. 1.800 Seelen mal schnell so So, jetzt hoffe ich mal, dass dieser blöde Ding jetzt down ist. Okay, er ist down. Aber die blöde Kiste, die werde ich mir trotzdem noch probieren, dass ich die jetzt mal erledigen tue. Nein, mach dir einen Schaden echt. Du bist, glaube ich. Ah Mann, 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 Mann Schwarzklinge Schauen wir uns die mal an Vielleicht ist die ja besser Wie unsere aktuelle Waffe Schwarzklinge Wo bist du? Schwarzklinge Ah, brauche ich wieder Geschicklichkeit Ein Punkt Müsste ich mir mal vormerken Aber es ist in der Abwehrminderung Nicht so gut Auf jeden Fall mal vormerken So, wo geht es jetzt hier weiter? Hier ist jetzt nichts Ich gehe jetzt aber mal hier runter Vielleicht kann man da unten die Tore zerstören Warum war der Ballrock hier unten? Hier muss ja irgendwas sein, hier unten Jetzt schauen wir nochmal Den auf jeden Fall mal gekillt So, was ist hier unten? Hier ist auf jeden Fall Loot So, kann man hier durch? Nein, hier kann man nix machen Hier auch nicht Hä? Hä? Warum haben wir jetzt Silben bekommen? Irgendwas rennt hier rum Aha, okay Da ist einer Ich will da gar nicht runter gehen Da sind bestimmt wieder irgendwelche Fallen da unten Boah 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 Gehen wir mal hier hoch wieder Dann tun wir die einzelnen Hochglocken Gehen wir mal hier hoch wieder hoch wieder hoch wieder hoch ¡Hierkata! Und dann kommt er mit 2 – oder? Gehen wir mal hier hoch wieder hoch wieder hoch Und dann Síl Und dann kommt er auf jeden Fall Auf jeden Fall Und dann kommt er mitrift Umлушай, also Boah, heftig. Wie kann man den hochpullen? Ah, okay. Funktioniert. Boah, ich bin mir so viel Estus verballert jetzt. Da ist einer. Zwei. Nein, jetzt habe ich ihn... Let's come here, come. Nein. Was steht denn nochmal auf? Was ist denn das? Kleber, wir liegen doch. Oh, Loot hier. Was steht denn nochmal zweimal auf jetzt hier, oder was? Was steht denn da los? Das ist schon mal irgendwie... Irgendwie eine versteckte Tür wieder. Was steht denn da los? Oh! 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 So, ruhe jetzt hier. Das ist ja Wahnsinn. Okay, da ist auf jeden Fall Loot. Aufpassen, die kriegen das alle Lächeln hier. Oh, Bondfire. Oh, sehr gut. So, Leute, das war es auch schon wieder mit der Folge. Wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich vielleicht mal ein, zwei Level noch machen kann. Dass ich ein bisschen stärker werde. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das nächste Mal wieder reinschaut. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, euer Andi. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Mal.